Ich pack mich ein bisschen für das Unterschied zwischen den blauen und den roten sein soll. Und die blauen sind mir ein bisschen zu viele. Ich würde hier doch einfach mal hier gucken. Gut, dass der Untergeschaden hat. Ist doch nicht der weiß, wo ich bin. Na dann. Gut, dass der Untertitel ist. Okay, das war einer. Da drüben ist noch einer. Und hier haben wir es eigentlich 4-4. Hammer. Ich könnte mir den mal gelb markieren, damit ich weiß, dass die sind in der Nähe. Ich gehe zu dem Ersten hier. Das ist nicht der Erste. Da ist der Erste. Feuer. Das ist hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bin ich noch drüber, dass du... Das war's für heute. Die Flamme ist heißer als Helios. So heiß ist es. Okay, der erste Oven brennt. 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 Gut, dass sie sich gegenseitig verletzen. Anscheinend. 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 Na ja, kann ich nicht mehr mit Samina auf landen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! tschüss so da hatte ich mein vogel gerade zwischendurch eingesetzt nicht was mich jemand wundert was ich gemacht habe habe ich auch noch bei mir und so langsam werde ich langsam gibt doch jedem das feuer ein schlechter wird er mir den steig eingestellt Das war's. Ja, ich gehe. Minus, da wo ist Kacke? Aber wir haben ja Zeit, ne? Soll ich mich nicht mehr für ihn Ah, das ist so gut Das war's für heute. Oh, oh, oh. okay mein vogel hilft mir zwar aber dafür habe ich kurz meine energie, wo sind die föhlen denn? okay der andere ist K.O. und ich kann ihn nicht draufhauen 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 ich kann ihn draufhauen ich kann ihn draufhauen Und? Okay, zu zweit war es allein, okay. Und jetzt rüber zu den beiden Vögeln, die ich noch nicht abgemacht habe. Den haben wir genauso kaputt. Oh, der braucht zwei Schuss. So, hier habe ich aber, glaube ich, schon und drei. Eine fehlt noch. Okay. Oh, Dringelei. T-Trick, wenn man halt jetzt gucken. Ja. T-Trick, wenn man halt jetzt gucken. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Macht er mich einfach so weg. Ahem. Oh, was ist das denn hier für ein schönes Außenbereich? Oh, was ist das? Was ist das? Oh, 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 was ist das? Na, 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 na 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 Das war's für heute. Rutsch rein, oder? Ja. Dann durch den Anzünder da rein. Dann durch den Anzünder. Dann durch den Anzünder. So, die Quest wäre abgeschlossen. Jetzt muss ich da Luft reinpumpen, um dann das anzudrehen. Okay. Zwischendurch habe ich dann bestimmt noch ein paar andere Wesen. Jetzt was? Gut. Auf zu neuen Untaten und alten Göttern. Und einen Zyklop, der von nichts weiß. Das war's für heute. Okay, die roten sind easier als die blauen. Ist easier ein Wort? Ich weiß es nicht. Und wie ich immer die Tauben aufjage. Das war's für heute. Woops. Wir kehren die Taster. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Und immer noch 500 Meter in der Richtung.